Ich seh Dennis nicht mal Ich auch nicht Scheiße das wusste ich nicht Wo ist Dennis? Ach da Ich weiß gar nicht was hier passiert Louis hat nur noch hier lebt Stefan auch nur noch Hier ist doch gar nichts oder? Ja Dennis, wo ist der eigentlich? Guck dir den mal an, man sieht den voll nicht so klein wie der da ist Da komm ich doch nicht durch Der mit den meisten leben muss durch Das ist Keyblade Mach die Scheiße da und Nein Das ist so dumm Das hat ja nicht mal Sinn Oh shit ich mach nicht mal was so gestärbt Hä? Nein stopp mal Ich wurde eingesogen Das ist wahrscheinlich die Falle Ja weil ich es ausgelöst habe Ich war aber nicht mal drauf, das war das Problem Boah wie geil Geil Ich musste in so ein Ding rein Mit Sound-Effekt und alles man Jo Ich hab einen im Visier und der wird sterben jetzt Okay Was? Was? Das sah richtig geil aus Das hat nicht was hin gemacht Was? Warte doch man Alter Alter Der Tod zu sein ist so ein Keil ne Dennis alter Holy shit Guckt euch das mal an hier Alter Lass mal ein Ding setzen Dennis bist überhaupt noch da? Ja ich hab's aus Versehen schon ausgelöst Fuck Ach er ist da hinten Oh Oh Gott Ja ihr kommt hier eh nicht drüber Holy shit Ach doch Oh Wie dumm Alter Marino Was denn Nichts gemacht Dennis Oh weißt du wohin? Weißt auch nicht wohin Seht ihr mich? Da oben ist er Ja er ist da oben Hier? Ja Kisser Oh Ey ihr habt schon längst 5 Leben verloren Junge ich bin in den gesprungen Ja wir haben unendlich Leben angeblich Haben wir gerade so erfahren Oh shit Leute Ich seh nur schwarz Oh my god Dennis bist du schon da? Ja Ja ist da Alter man sieht ihn aber auch nicht Fuck Fuck Haha Dennis Du bist nur hoch Die bald Ich kenn den Trick jetzt Könnte mich nicht mal platzten damit AHHHH Ich würde das aufnehmen Er dachte er kann mich verarschen nuc Jetzt wird's richtig schlecht Hallo, lol War einfach ein super Jam Ja hab ich Was mach Du kannst nix, Marvin du kannst einfach nix Ich hab over 9000 Was ist denn der Scheiß? Juge Was? Seht ihr mich eigentlich wie ich hier stehe? Ich bin am Spawn gespawnt, geil Ja, wenn du die Dinger nicht hinsetzt du Lappen Dennis Ich wollte... Was? Ich war durch Ich lebe nicht Nee, da war... Dennis, Marvin Wartet auf Marvin Wartet auf Marvin Ja Ich kann mich schon denken, was passiert Wie lang ist das, Alter? Oh, geht wieder rein Lass mich rein Ah, scheiße Ich komm nicht bis oben hin, Leute Was machst du da oben? Geh Ich bin irgendwo, aber ich weiß nicht, wo ihr seid Yeah Louis, wir... Was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht, wo ihr seid, Alter Ja, warte, Louis muss doch klettern Nein, ich bin irgendwo anders Ja, warte kurz Das erinnert mich so heftig an unsere Minecraft-Adventure-Web-Zeiten Oh boah, das kann nicht mehr Oh mein Gott 100%ig Minecraft-Adventure-Web Ja Nein, hier gibt's jetzt Minigames Warte, warte, guck mal hier hinten Warte Wir wählen zusammen einen So Dann kommt Wir gehen jetzt alle in Luigis Ding rein Und das ist dann Wer als längsten auf dieser Plattform da bleibt Gewinnen Lass mal die anderen aufzocken Ja, Louis Ja, warte Ready? Ja Okay, komm Okay Oh shit, oh shit Brechen die einfach irgendwann, oder? Ja, eigentlich schon Oh, da, hier Wenn die rot wären, brechen die Louis weg Das wusste ich nicht Oh shit Oh shit, geht das schnell Nur noch ich und Keyblade Geh wieder da rein Nein, Junge Du musst warten, bis die Runde vorbei ist Ich gegen Keyblade Komm, Keyblade, wer gewinnt Mach mal einen Noclip wieder an Warte, ich muss erst gegen Keyblade gewinnen, Junge Warte doch Runde 2 fängt gleich an Scheiße Oh 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 Meiner ist gebrochen hier Ich hab nicht mehr viele Oh nein Jetzt sind doch wir beide Wee Oh shit Oh Und jetzt? Ja, ich gewinne Nein Get dragged, mate Runde 1 geht an mich Ich dachte, wow, warum ich so lange überlebe Jetzt Oh shit Die Teile sind nicht gespawnt, aber okay Okay Jetzt müsst ihr aufpassen Okay, sie werden rot Oh Ich bin Schandelle Oh Ich bin Kameramann Louis, dann ist rot, der auch Nein Nein Wird der alle tot, oder was? Dennis hat gewonnen Yeah Woah Oh So You